Nicht wirklich mit Dingens spielen möchte, mit Lenkrad. Vielleicht krieg ich die verdammten Akkus nicht raus, das ist doch... Wenn ihr einen Xbox 360 Controller habt, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass die Akkus so schwer rausgehen, oder ist das nicht bei mir so? Hab ich da vielleicht ein Fehlkonstrukt oder so, dass die Akkus da nix wirklich rausgehen? Wenn ich die jedes Mal mit Gewalt raushämmern muss... Ach, verdammt. Äh, hab ich nur noch welche da? Ja, Glück gehabt. Moment. Und deswegen, liebe Leute, habe ich immer so an die vier bis sechs Paare Akkus zu Hause, und mindestens zwei davon immer geladen. Ist ein immenser Vorteil gegenüber Batterien, glaubt mir Leute, das klappt ja gar nicht. Nach der Aufnahme werde ich die anderen dann wieder direkt anstecken und die aufladen lassen. Und dann habe ich beim nächsten Mal, wenn ich wieder Akkus brauche, wieder was dabei. Also, gut, ich habe auch relativ viele Geräte, wo ich Akkus benutzen kann, ist sinnvoll. Also, das fängt beim Dingensitz hier an, beim PC mit dem Headset... äh, mit dem Headset... Nein, 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 nein. Mit dem Gamepad... äh, geht bei der Wii weiter mit der Wii Fernbedienung, geht bei, äh, Taschenlampe weiter... und hört letztendlich mit Funkmaus auf... macht aber vorher nach einem kleinen Umweg über ein zweites Gamepad... Gamepad, das ich, äh, hauptsächlich kann, benutze, wenn ich, äh, Emulator, Z-Spieler spiele oder so... Also, zum Beispiel mit Brüder und ich... Da komm schon, schrei mich an... Nein, der hat sich so geheilt, verdammter Knechte... Langsam reicht es dann auch wieder, okay? Nein, ich habe es vergeigt! Mr. Allen Hunter spielt... Toll, es wird die Black Ops Multiplayer... Ich dachte, das Spiel mag er nicht... Naja... Wird ihm das, wonach es ihm gerade gelüstert? Nein! Nein, 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 nein! Boah! Ja, ich habe die Reaper gestaltet, ich habe die Reaper gestaltet... Ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Ja, die bringt mir doch gerade mal abwachsen! Oh, oh! Weg da! Uh! Und einmal geht es noch! Mindestens! Und auf geht's in die letzte Runde! Krieg gegen... Nashua! Ich will diesen Telefortschlag mittlerweile echt! Also... Au, wer ja. Okay, das ist gut. Darf ich denn das Fährte klopfen oder muss ich den nochmal wegziehen? Ich riskiere es. Kann sein, das muss reichen, oder? Nein, da heilt sich nochmal. Pack ich nicht. Da muss ich jetzt auf den letzten Meter nochmal abreißen. Super. Nein. Nein. Was ist jetzt los? Nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank. Boah. Ich dachte jetzt schon. Ich dachte jetzt gerade echt, wenn es nochmal weiter geht, dann habe ich echt ein Problem. Kriege ich wenigstens was Schönes. Ja, wenigstens was zum Opfen. Äh, was? Hammer? Wo? Der ist ausgelistet. Ja, sieht toll aus. Ja, wohin jetzt? Zeig mir den Weg. Ach, da hoch. Okay, alles klar. Eigentlich nicht, aber okay. Ja, also recht viel näher am Limit waren wir, glaube ich, auch noch relativ selten in dem Spiel jetzt. Aber ich hatte echt einen Schockmoment jetzt, als ich, äh, gesehen habe, dass das Viech sich nochmal aufbaut, nachdem ich schon weggeputzt hatte. Also das war jetzt gerade echt ein Moment, äh, zu viel für mich. Ähm. Sieh nach, was du finden kannst. Dachte ich mir doch, ich stehe am falschen Balkon. Ah. Dieser Vogel ist anscheinend doch nicht der Glückste. Heißt ja auch Dust. Ich werde mir so ständig viele Veränderungen machen, aber ich halte Dust 1 für die bessere Karte. Und was jetzt? Äh, Leute? Hallo? Was ist jetzt los? Achso, ich muss damit zum ewigen Thron, verstehe. Das könnten die mir aber auch etwas direkter sagen, oder? Also ich hätte absolut nichts dagegen einzuwenden, wenn mir das die etwas, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, für Idioten erklären, aber doch einen subtilen Hinweis darauf geben. Ich bin ja gespannt, wie lange ich als Nekromant für den Kampf brauche. Wenn es sich ausgeht zu dem Zeitpunkt werde ich damit auch einen Filler machen, denke ich mal. Die werden meine Ghule und meine, äh, Krähen für mich kämpfen und ich werde ganz gemütlich hinten stehen und warten, bis die, äh, bis der Todesgriff zum Einsatz kommt. Soweit zumindest der Plan vorerst. Mal schauen, wie es dann in Wirklichkeit sein wird. Ähm, das finde ich als insofern auch relativ uncool, äh, weil ich habe jetzt dann festgestellt, ich habe nur noch 5 Minuten übrig und habe noch 2 der 3 Themen übrig, über die ich reden wollte. Die Battles habe ich zwar kurz angeschnitten, aber dann hätte ich noch ein, äh, gewisses Thema anreden wollen, dass ich jetzt nicht mal mehr sage, warum es ging, weil ich das wahrscheinlich in einem anderen Display machen werde, wahrscheinlich Loki oder Paraworld, weil ich die jetzt auch noch aufnehme dann. Ähm, ja, also, mal schauen, 28.000, wo ist Draven, hm, so. Es gab ja ein paar, äh, die gemeint haben, ja, toller Name. Wer bist du? Ich bin der Meister der Klingen. Und alles, was von dem Krieger aus dem Reich der Menschheit übrig ist, der einst Draven ließ. Ich hätte vor langer Zeit den Quell der Seelen passieren sollen. In der Arena habe ich meine Freiheit gewonnen, nur um unter das Joch des Königs der Toten zu geraten. Ich hoffe, damit sind alle Draven-Fanatiker getilgt, wobei ich ja auch, äh, lange Zeit daran dachte, dass das einer ist. Okay, das Hammer-Training hatten wir. Äh, Kippsäge, ups, oder was weiß ich denn, Schnellsturz. Der klingt sehr verlockend. Du hättest dich in meiner Armee gut geschlagen. Ja, das kennen wir woher, oder? Darks Air 1 ist das ganze Kreissäge. Hey, da ist ein. Dann zieh dich um. Das hab ich. Ja, ich beschreib mir ein paar Tränke. Man kann nie wissen, was in dem alles erwartet. Und meistens ist dann auch so, dass man direkt danach einen Heiltrank findet. Diesmal hatte ich das Glück nicht, aber naja. Ich hatte so sehr gehofft, du würdest nicht zurückkehren. Was ist nun mit dem Champion der Arenas? Er wird dich nicht mehr unterhalten. Nein, unmöglich. Ich glaube, dein König wird mich jetzt empfangen. Ich kann dich nicht abweisen. Jawoll. Ja, das sieht... Ah, jetzt doch. Oh, er sieht doch etwas lebendiger aus als vorher. Du stinkst nach den lebenden Reiter, nach längstfälligen Seelen. Du bist hier nicht willkommen. Schade, ich fing gerade an es hier zu genießen. Dann bist du noch nicht lange hier. Milliardenseelen bevölkert ein Königreich. Die ganze Menschheit heult nach Vergelde. Doch, ich sehe, du bist mit solcher Musik bereits vertraut. Was willst du denn von mir, Reiter? Zeig mir den Weg zum Quell der Seelen. Was willst du dann dort? Macht über Leben und Tod? Oder hoffst du auf Absolution? Bruder Mörder. Ich frage mich, wo die Seelen deiner Brüder sind, denn sie haben mein Reich niemals passiert. Dein Reich braucht wohl kaum weitere Untertanen. Wohl wahr. Und doch muss ich mich dem Geschmeiß ohne meine Fürsten stellen. Das ist nicht mein Problem. Mach es zu deinem Problem. Dann erfülle ich dir deine Bitte. Finde meine drei Fürsten der Toten und erwecke sie aus ihrem Schlaf. Das wird sie dir gefühlig machen. Bring mir die Fürsten zurück, damit sie die Last mit mir teilen. Enttäusche mich nicht, Reiter. Sonst wirst du niemals zum ewigen Thron zurückkehren. Und dein Bruder wird für... Warum haben deine Fürsten den ewigen Thron verlassen? Sie sind auf das aus, was sie nicht haben können. Etwas, das hinter Tod und Leben liegt. Vergessenheit. Die Feiglinge behaupteten, sie würde sich bereits ausbreiten. An den Rändern unseres Reiches nahen. Nachdem ich sie bestraft hatte, flohen sie in ihre armseligen Festungen. Ah ja, und anstelle, dass ihr ihnen nachläuft und sie einfach mal plättet. Naja, jeder wer es will. So, wir haben noch einen Fähigkeitspunkt zu vergeben. Und zwar werden wir den auf den Teleport-Schlag geben. Oder... Die letzte Fähigkeit können wir leider erst ab Stufe 20 aktivieren. Das sieht sehr gut aus, aber wir könnten auch die Ernte verbessern, ne? 27 Prozent. Traum. Das wäre natürlich auch ganz nett hier. Aber ich erhöhe erst mal den Schaden. Bringt's eher. Und wir haben wieder zwei nette Sensen, die wir opfern können. Huiuiuiuiuiuiui. Ähm, dann bauen wir mal den Widerstand dazu. Ach du Schande. Ja, wir haben jetzt ein bisschen was gesammelt. Okay. Äh... Ja, das werde ich gut gebrauchen. So, ähm, es ist jetzt so, äh, ihr habt's vielleicht während der Videosequenz gehört. Es hat schon Dong gemacht. Ich bedanke mich deshalb wunderherzlich fürs Zusehen, Leute. Äh, hat wieder eine Menge Spaß gemacht. Auch wenn's ein bisschen zäh war jetzt mit dem Gnaschor. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Habt Spaß, was immer ihr auch macht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn's heißt Let's Play Darksiders 2. Bis dahin, Leute. Ciao. 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 Ciao.